Die Redner in der Debatte für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass es auf die Anregung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion hin möglich geworden ist, dass wir in diesem Deutschen Bundestag eine breite Mehrheit hinbekommen haben, um einen solchen Antrag vorzulegen. Natürlich war Anlass, dass der Beauftragte der Bundesregierung, der frühere Ministerpräsident Beck, seinen Bericht vorlegt. Aber es war auch Anlass, dass wir in der letzten Legislaturperiode leider mit einer Reform der Opferentschädigung nicht so vorangekommen sind, wie wir es uns eigentlich vorgenommen haben, Frau Nahles. Deswegen hat dieser Antrag zwei Elemente. Einmal, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, was wollen wir anregen und tun, damit die Opfer von Gewalt durch Terrorismus richtig entschädigt werden und dass man mit ihnen richtig umgeht. Aber dass wir auch klar sehen, dass trotz eines Opferentschädigungsgesetzes, dass es in kaum einem anderen Land der Welt so gibt wie bei uns noch immer Opfer, die nicht Opfer geworden sind von Terror, sondern von Gewaltkriminalität in unterschiedlichster Form, nicht angemessen entschädigt werden. Ich hätte mir gewünscht, dass wir in einem Atemzug, wo wir diesen Antrag heute vorlegen und auch Vorschläge machen, auch hätten die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses AMRI beschließen können. Und diese Anregung für den Untersuchungsausschuss habe ich nicht erst vor 14 Tagen gemacht, sondern seit längerer Zeit, schon gleich unmittelbar nach dem, was passiert ist am Breitscheidplatz, habe ich gesagt, das muss genau untersucht werden. Denn es bestätigt natürlich nicht das Vertrauen in den Rechtsstaat, wenn so viele Pannen auf einmal in einem einzigen Fall passiert sind, wie im Fall AMRI. Und wir wollen diesen Untersuchungsausschuss einmal, um zu wissen, was passiert ist, und dann vor allem, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und ich kann nur sagen, was man so als erstes spürt, Wenn es tatsächlich so war, dass das Zusammenwirken der verschiedenen Behörden auf Landes- und Bundesebene zu diesen Problemen geführt hat, dann kann man nicht sagen, wir ändern nichts daran, wenn der Bundesinnenminister sagt, wir müssen uns bei der Sicherheitsarchitektur noch einmal ernsthaft Gedanken machen. Das sind Länder und der Bund gefragt. Und da würde ich dringend sagen, das soll keiner sagen, dort sind die Kompetenzen von uns und da. Das ist den Menschen und vor allem den Opfern ziemlich wurscht. Egal, wer zuständig ist, funktionieren muss es, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege Kauder, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Und beim Opferschutz finde ich schon, so dramatisch die Situation von Terror und den Opfern von Terror ist, für die Frau, die vergewaltigt worden ist, ist es genauso ein Akt und ein Angriff auf ihre körperliche Unversehrtheit. Und deswegen ist es richtig, dass wir heute nicht nur der Opfer von Terrorismus gedenken, sondern sagen, der Opferschutz für alle, die Opfer von Gewalttaten geworden sind, muss verbessert werden. Zu seiner ersten Rede rufe ich...